Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier aus der Selbstisolation heraus. Ich habe ein Buch beendet von Katrine Engberg, den dritten Teil der Kopenhagen-Thriller-Reihe. Und dieses hier heißt Glasflügel. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Diogenes Verlag. Ganz herzliches Dankeschön dafür. Und ich habe natürlich auch bereits die ersten beiden Teile gelesen. Das hier ist der erste Teil Krokodilwächter und der zweite Teil ist Blutmond. Und an der Reihe besonders gefällt mir einfach das Setting und die Atmosphäre und wie die Autorin es schafft, Kopenhagen hier wirklich sehr lebendig rüberzubringen, inklusive dem schlechten Wetter. Und das ist wirklich so das Besondere. Ihr wisst, normalerweise lese ich nicht so gerne Thriller, aber die drei hier sind so ein bisschen langsamer. Es gibt auch hier Höhepunkte und ganz viele spannende Stellen, aber es ist nicht ganz so blutig und so ganz Fall auf Fall und sehr Action-lastig, sondern wir lernen eben auch die Ermittler kennen und Kopenhagen als Stadt, auch so die Umgebung ein bisschen. Wir lernen das dänische Leben kennen und zugleich gibt es eben auch noch immer einen Mordfall oder sogar mehrere, die dann aufgeklärt werden müssen. Auch hier in Glasflügel gibt es gleich ein paar Mordfälle, die auch sehr mysteriös scheinen, denn eines Morgens, ganz frühen Morgens noch vor 6 Uhr, wird eine Leiche in einem Springbrunnen gefunden, die ausgeblutet ist und sie hat am Handgelenk sehr parallele Schnitte gezeichnet. Also so, dass es gar nicht aussieht, als würde ein Mensch das mit einer Klinge machen können. Die sehen zu technisch parallel aus und deswegen ist es sehr schwierig, hier auch das Mordinstrument zu finden. Ich werde euch auch nicht verraten, was das ist, denn es ist ein sehr spezielles. Und kurz darauf, direkt am nächsten Tag, wird das zweite Mordopfer gefunden, das auf die gleiche Weise umgebracht wurde und auch an einem Springbrunnen liegt. Mit der ersten Toten konnte man gar nicht so viel anfangen, jetzt hat man allerdings einen zweiten Toten gefunden und hier gibt es eine Verbindung zwischen den zwei Ermordeten und das ist deren Vergangenheit, in der sie in einer privat geführten Wohnanstalt für psychisch kranke Jugendliche gearbeitet haben. Und so nach und nach wird dann aufgedeckt, was mit den Jugendlichen geschah und dass da eben auch nicht alles so lief, wie es sollte. Und wir bekommen hier einen tiefen Einblick in das Leben Jugendlicher, die mit psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und gleichzeitig auch wird deren Behandlung diskutiert. Aber das fand ich hier sehr interessant daran, das geschieht hauptsächlich aus dem Blickwinkel der betroffenen Jugendlichen heraus. Natürlich folgen wir auch hier wieder unseren Ermittlern aus den vorherigen beiden Bänden, Jeppe Körner und Annette Werner. Ohne jetzt zu spoilern, haben die beiden jetzt ein bisschen ein unterschiedliches Leben. Falls ihr die beiden anderen Teile nicht gelesen habt, dann will ich da gar nicht weiter darauf eingehen, was geschah. Aber trotzdem sind beide auch hier wieder in die Ermittlungen verwickelt und wir bekommen eben auch so das Privatleben mit. Auch Esther De Laurenti aus dem ersten Band, eine Schriftstellerin, eine sehr exzentrische ältere Frau, die auch gerne mal ein bisschen zu viel Wein trinkt, kommt hier in diesem Buch wieder vor. Es gibt auch einen ganz kleinen Fall, der sich so ein bisschen mit ihr beschäftigt und dem sie nachgeht, der nichts mit dem großen Fall zu tun hat. Aber das fand ich auch wieder schön, hier die Figuren aus den vorhergehenden Bänden wiederzutreffen, wiederzutreffen, denn man hat sie doch irgendwie ins Herz geschlossen. Und das kann Katharina Engberg auch sehr gut, sehr realistische und liebenswerte Personen zu zeichnen, die sich mit den Fällen beschäftigen und auch miteinander. Das Team, das Kommissarteam besteht auch aus ganz unterschiedlichen Personen und man kann die Reaktionen und die Gespräche auch alle sehr gut nachvollziehen. So ist es ein sehr, sehr schöner dritter Teil, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Ich habe ihm vier Sterne gegeben, ein bisschen einen Abzug gab es für mich jedoch. Das ist aber etwas, was für mich alle Thriller irgendwie gemein haben, dass sich manchmal einfach die Ermittler ziemlich rücksichtslos oder unvorsichtig verhalten und dass sie deswegen dann in diese spannenden Situationen geraten. Und ich denke, ja, das ist immer etwas, wo ich dann so ein bisschen mit den Augen rolle beim Lesen, aber trotzdem hat das der Geschichte keinen Abbruch getan und dem Spaß am Lesen ebenso wenig. Und deswegen ist das trotzdem eine große Empfehlung an euch. Ich muss sagen, dass mir der erste Teil, also Krokodilwächter und jetzt hier der dritte Teil, am besten gefallen haben, auch der zweite Teil war in Ordnung, aber den fand ich thematisch nicht ganz so ansprechend. Also hier geht es sehr viel um die Modesszene und das ist jetzt nicht unbedingt meins. Es ist jetzt wirklich eine Reihe, die ich euch ans Herz legen kann, vor allem wenn ihr Kopenhagen- oder Dänemark-Fans seid. Sie sehen auch so ziemlich schön im Regal aus, muss ich sagen. Ich habe ein neues Licht. Ich habe jetzt so ein Ringlicht und ich muss mal noch so ein bisschen experimentieren damit. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu hell eingestellt und man kann die Buchrücken gar nicht richtig sehen. Wo wir einmal beim Aussehen der Büsche sind. Das dritte fällt so ein bisschen aus der Reihe, denn hier im ersten, das seht ihr vielleicht gar nicht so richtig, doch jetzt hier sind so Einschnitte auf dem Cover und auch hier, das ist das gleiche hier wieder, aber im dritten Teil gibt es das nicht, aber dafür ist es rot. Ich bin jetzt gespannt, wie der vierte Teil ausschaut und welche Farbe der annimmt. Ich tippe mal auf Grau, Silber. Wir werden sehen. Es gibt noch einige Teile, die Katharina Engberg geschrieben hat. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wie viele, aber im Dänischen sind schon mehr erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Und so hoffe ich auf den nächsten Band und freue mich schon darauf. Und das ist so die einzige Thriller-Reihe, die mich wirklich packen kann und die ich gerne lese. Falls ihr ähnliche Thriller-Reihen oder auch Einzelbände kennt, die ihr mir empfehlen könnt, dann bitte rein in die Kommentare damit. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Schauen und ich hoffe, wir sehen uns dann bald im nächsten Video wieder. Bleibt schön gesund und bleibt zu Hause, auch wenn ihr nicht zur Risikogruppe gehört. Es gibt genug andere, die es tun. Und deswegen müssen wir jetzt alle so ein bisschen zusammenhalten und ordentlich zu Hause bleiben, damit das alles so ein bisschen eingedämmt wird und sich nicht so schnell und rasant weiter verbreitet. Hier in Polen ist der Coronavirus noch gar nicht so weit verbreitet. Also ich drehe das Video jetzt am Mittwoch und wir haben, ich glaube, so 220, 250 Fälle landesweit. In Krakau gibt es ein paar, aber auch nicht wahnsinnig viele. Ich muss sagen, dass Polen sehr schnell reagiert hat und wir haben bereits letzte Woche Mittwoch schon alle Bildungseinrichtungen schließen lassen. Also die Unis haben zuerst geschlossen, am Donnerstag dann sind alle Kindergärten und Schulen geschlossen worden. Die meisten Firmen arbeiten nur noch von zu Hause aus. Restaurants, Bars sind geschlossen. Also man kann Essen bestellen zum Mitnehmen, aber man darf sich nicht mehr reinsetzen. Veranstaltungen sind alle gecancelt, die Grenzen sind geschlossen. Also es wurde auch wirklich an alle appelliert, zu Hause zu bleiben. Das Einzige, was mir leid tut, ist, dass das Tierheim aufgeschlossen ist und deswegen die Freiwilligen sich nicht um die Hunde und Katzen kümmern können und die einfach mal jetzt nicht rauskommen die nächsten zwei Wochen. Ansonsten finde ich, ist das wirklich eine gute Sache und es halten sich auch die meisten dran. Also man sieht schon so ein paar Leute, gerade online sieht man dann eben Fotos oder Videos von vor allem Jugendlichen, die jetzt schulfrei haben und die sich dann eben zusammenrotten irgendwo und dann in einer riesengroßen Gruppe stehen. Und ja, ansonsten halten aber auch die Leute Abstand beim Einkauf, obwohl die Shoppingzentren auch geschlossen sind. Also es sind wirklich nur noch Supermärkte und Apotheken offen und in der Schlange halten... Entschuldigung, das ist bei mir Allergie. Also ich bin nicht wirklich krank, aber jetzt fliegen die Pollen langsam wieder. Und beim Einkaufen, wenn sie in der Schlange stehen, an der Kasse oder auch beim Bäcker, wenn Leute anstehen oder in der Apotheke, wenn irgendwo Leute anstehen, dann halten sie wirklich anderthalb bis zwei Meter Abstand und das finde ich gut. So, genug zum Coronavirus. Und jetzt wieder zu Booktube und ich wünsche euch noch eine ganz, ganz schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Zeit zum Lesen jetzt, wenn ihr zu Hause seid. Falls ihr noch auf Arbeit müsst, seid vorsichtig. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich genauso gesund bald wieder. Tschüss. 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 Tschüss.